Ich kann nur einmal aus dem Brunnen trinken. Okay. Ich gucke jetzt mal hier jedes Haus an. Mal zurück verwandeln, vielleicht. Nö. Hätte ja sein können. So. Dann werde ich hier jedes Haus nochmal durchsuchen. Der nächste Pub. Ich könnte Magie gebrauchen. Boah, und dass die Geister mir selber Schaden zufüllen können, das ist echt abnormal. So. So. Alles klar, hier gibt es auch nichts mehr. Da war ich ja schon, also. Oh, man. Da drin brauche ich nicht reinzugehen. Da war ich ja schon. Hier ist noch ein Pub. Gibt es hier vielleicht was? Und da rechts? Ach, stimmt. Hier war ich ja auch schon. Wo es nichts gibt. Hm. Okay, hier gibt es auch nichts. Mann. Ich glaube, ich habe mir da echt was vorgenommen mit Blood-Armen. Ich glaube, ich muss doch hier ein 100%-Run ablegen. Weil das sonst anscheinend nicht so klappt, wie ich es will. Weil wenn ich jetzt schon bei Vorados anwesend bin, oder wo ich ja die Aufnahmesession beendet habe mit Vorados anwesend, oh. Dann hätte ich schon 5 anscheinend, wenn ich das richtig gelesen habe, 65 bis 70 Secrets finden müssen. Ernsthaft. Obst. 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 So. Wie komme ich hier rein? Moment. Ich will mal was ausprobieren. Hey, wehe. Das klappt. Obst. Hey, wehe. Es klappt. Gut, klappt nicht. Heißt tatsächlich, ich müsste da mal später wieder hingehen. Weil mit einer anderen Waffe kann ich mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen. Als mit der Keule. Sprich, da müsste ich mit einer Fähigkeit wahrscheinlich rein. Oder es öffnet sich noch, wenn ich einen Hüter das Leben ausgeknipst habe. So. Stimmt, hier kann ich ja noch. Habe ich noch die Keule? Ja. Ja. Hä? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Bein, Victor! Ernsthaft? Bein, Victor! Boah, das gibt's doch nicht. Oh, und der Morgenkraut schon. Die nächste Stadt Da müsste ich nochmal gründlich durchschauen Jetzt müsst ihr erstmal gucken, was gab es hier nochmal Das Blut von Zeitaltern ist so süß Ne, der Brun hat sich schwarz verfärbt, da haben wir auch schon getrunken Boah, ernsthaft Jetzt werde ich hier alles durchschauen müssen Boah Ernsthaft? Hm, hm Macht Platz Einmal Oh, ok Das war's schon Keine Fässer Hui Na Na Ich glaube, hier gab es noch was Ach, das war ein Hotel Ah, ok So, Rückverwandlung Hier ist noch ein Fass Hier hat es noch Fass Äh, Fässer Oh Na doch, Fässer Peitsche, wenn ihr es richtig gesehen habt Nochmal Peitsche Erztaft Ich brauche dringend einen Magieball So Oh Implosion Oder was das Ne Ok, das ist eigentlich nur so Ja Wie soll man es sagen Gleich ein Schmaß Gab es hier noch was Ok Wo gibt es hier noch was Wo 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 Gut Magie ist jetzt auch Eigentlich recht wieder gut gefüllt Dann weiter Hier rein Hier hat es noch Fässer Ja Oh Peitsche Und nochmal Peitsche Jetzt werde ich mal schauen Was hinter dem Dressen noch so ist Ernsthaft Das war es schon Oh in der Tat Das war es schon Na komm Hopp Und raus Stimmt Das war da eine Wahnsinnige War ich hier Ja doch Da drin war ich ja schon Ich mach hier runter Was mir nichts bringt Ah Ernsthaft So Irgendwie müsste ich noch da oben auf die Dinger rankommen Oder Wenn es das schon so Leitern gibt Sag ich jetzt mal Vielleicht auch Oh Gott Warum ist es hier zu Wie komm ich hier rein Was war hier nochmal Titelblot ist gut Was konnte ich hier nochmal erlangen Der Minotaurus Oh Jetzt kann ich Ja Haha Lohnt sich Dass ich doch nochmal zurückgegangen bin Jetzt werde ich hier gründlich abräumen Endlich wieder Herz der Dunkelheit Ja ja Ich komm ja schon Ernsthaft haltet die Klappe So Blut und Magie ist voll Ich hab wieder Herz der Dunkelheit Wow Ernsthaft Junge 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 Geh ich mal hier lang Ach Ach hier war nur so ein Fledermaus Checkpoint Wow Ich wollte gerade sagen Ziemlich riesig für ein Fledermaus Checkpoint Ja ist schon aktiviert Ja ist schon aktiviert Diese Felsen hier müsste man auch irgendwie wegbekommen Aber wie Ach egal Jetzt geht's weiter Gut Ah Ja Ah Zigeunerzeite Ich meine Hier gäbe's Wow Ach irgendwo was Da müsst ihr echt in jeden Zeit mal reinschauen Na wollen wir mal Ähm Ernsthaft Das sind fast zum kaputt machen Nicht Vielleicht hier So Hm Gut hier gibt es auch nichts Dann hier vielleicht Auch nicht Leute Ernsthaft Ja ja